Guten Abend. Mal wieder Zeit für einen Klassiker. Also Theodor Fontane würde ich jetzt mal wagen als Klassiker zu bezeichnen. Das ist er wirklich. Und ich muss noch sagen, ja, es ist bemerkt worden, dass es vorige Woche Sonntag keinen Precht gab. Aber, oder jedoch, der Heiner Müller ist tatsächlich nicht bemerkt worden. Und den liefere ich noch nach. Sehr, sehr gerne. Aber heute nicht. Heute gibt es Theodor Fontane. Es kann die Ehre dieser Welt. Bald beginnt ja das Spielen wieder. Also, es hat ja immer was mit mir zu tun. Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben. Was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben. Wenn's deinem Innersten gebricht, im echten Stolzes Stütze, ob dann die Welt dir Beifall spricht, ist all dir wenig Nütze. Das flüchtige Lob des Tages Ruhm magst du dem Eitlen gönnen. Das aber sei dein Heiligtum vor dir bestehen können. So einfach und so großartig kann man immer noch wieder baff sein. Weil wir doch alle wissen, ja klar, so ist es ja. Es ist ja genau so. Aber wir können es nicht so schreiben. Aber wir können es. Gute Nacht. Bis morgen.